Ich habe jetzt schon so viele Zulassungen seit dem ersten Mal auf dem Zwerg mit dem Fahrrad. Ich sage, du musst doch nicht mit dem Fahrrad fahren. Was willst du Fahrrad fahren? Nein, die Zwerge müssen nicht mit dem Fahrrad fahren. Nein, die Zwerge müssen auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Aber du auch nicht? Nein, ich auch nicht, aber die Zwerge müssen auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Die Zwerge sind eigentlich fertig. Sie interessiert sich gar nicht. Nein. Das ist ja eine Klingel. Die ist gut, gell? Ja. Geht nicht, die Klingel. Geht doch super! Bei was? Bei Ihnen hier? Ja, klar. Natürlich. Ist das Alter erreicht dann? Ich habe jetzt... Wirken die auch mit 5 cm, oder? Ja. 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 Reinste Übung. Da muss ich hier die Schnauze blockieren. Es ist gut. Hast du vorbeifeldet? Ja, das ist gut. Ja. 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 Schnauze. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ist noch fett. Interessiert vorne. Oh, fein wie sie ausgerutscht.